Wenn ich von Ihnen noch Zweifel hatte, der Typ war unten drunter und ich dachte, ich kann das sehen von dort aus und ich will es nicht sehen. Naja, gut. Apropos klein. Ich hätte Ihnen ja vorhin schon ein lustiges, kleines, selbstgebautes Instrument präsentiert. Dankeschön. Das würde ich jetzt gleich ein weiteres Mal tun, Ihnen noch ein lustiges, selbstgebautes Instrument präsentieren. Aber dieses Moment würde ich Ihnen gerne zeigen in Form einer Wette. Eine Wette, mit der ich mich liebend gern, weil wenn das vorgestellt hätte, kann ich ja jetzt mit Trost vergessen. Nichtsdestotrotz würde ich es Ihnen gerne zeigen und Sie können dann am Ende entscheiden, ob diese meine Wette, wenn das tauglich gewesen wäre oder nicht. Also, meine Wette. Ich habe hier eine Streichbeutschlachtel und ich behaupte, in dieser Streichbeutschlachtel befinden sich sämtliche Dinge, die ich benötige, um innerhalb kürzester Zeit ein funktionierendes Musikinstrument zu bauen, auf dem ich dann noch spielen werde. Und jetzt nicht, wie Sie vielleicht annehmen, rasseln oder so. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Ich baue aus dem Inhalt dieser Streichbeutschlachtel einen Kontrabass. In zwei Minuten. Mit verwundenen Augen. Ja, ich werde mal das Geheimnis nüften. Also, in dieser Streichbeutschlachtel befinden sich ein paar Luftballons, so ganz normaler, wie man ihn so kennt. Dann noch so ein langer Luftballon, aus dem man diese Pudel baut, haben Sie bestimmt schon mal...